Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Gemüsesuppe mit Putenbrust. Gemüseeintopf mit Putenbrust ist ein sommerlicher Eintopf mit einer schönen Fleischeinlage. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Drei mittlere Möhren, großer Brokkoli, rote Paprikaschote, große Stange Porree, vier festkochende Kartoffeln, zum Beispiel Zilina, Linda, Nikola oder Prinzess. Halbe BD frische glatte Petersilie, etwas Selleriegrün, 400 Gramm Putenbrustfilet, Öl zum Anbraten, drei Teelöffel Würfelbrühe, Gemüse, frisch gemahlener Pfeffer, 100 Gramm grüne frische oder tiefgekühlte Bohnen. Folgende Utensilien werden benötigt. Hohe Pfanne, Suppenterrine. Zubereitung Die Möhren schälen und in gute Stücke schneiden. Den Brokkoli putzen und in Röschen teilen. Die Paprika waschen, den Stielansatz entfernen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in gute Stücke schneiden. Den Porree waschen, den Wurzelansatz und die Welkenblätter entfernen und in Scheiben schneiden. Die Kartoffeln schälen und grob würfeln. Die Petersilie und das Selleriegrün waschen, trocknen und fein hacken. Frische Bohnen waschen, trocknen und putzen. Die Enden abschneiden. Das Putenfleisch in Streifen schneiden. Öl in einer Pfanne bis zum Rauchpunkt erhitzen. Das Putenfleisch scharf anbraten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen. Die Hitze reduzieren. Möhren, Paprika und Kartoffeln in die Pfanne geben und andünsten. Liter Wasser angießen, die Brühe hinzugeben und 10 Minuten köcheln lassen. Bohnen, Brokkoli und Porree dazugeben und gut 5 Minuten weiter kochen lassen. Das Fleisch dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In eine Terrine geben. Mit den Kräutern bestreuen. Als Beilagen eignen sich Frisches Bauernbrot Diese Varianten gibt es. Die Gemüseauswahl frei gestalten. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!